Musik München, eine der schönsten Städte der Welt, hat etwa 1,5 Millionen Einwohner und wir sind ein Teil davon. Und so viel sei gesagt, diese Einwohner produzieren sehr viel Müll. Weltweit werden jedes Jahr ca. 5 Billionen Zigaretten achtlos weggeworfen. Nach einem heißen Wochenende sammeln die zehn Mitarbeiter eines vom Baureferat beauftragten Privatunternehmens bis zu 15 Kubikmeter Mülle am Flaucher ein. Etwa drei Tonnen. Gott hat uns die Schöpfung als ein Geschenk hinterlassen. Wir von ICF Go Scream wollen aufklären und motivieren. Wir wünschen uns, dass jeder sehen kann, wie schön und wertvoll die Schöpfung ist und dass wir gemeinsam einen großen und guten Fußabdruck hinterlassen. Deshalb treffen wir uns an der Pudermüllbrücke und werden gemeinsam Richtung Innenstadt laufen, um den Müll an der Isar wegzuräumen. Sei also dabei, wenn wir gemeinsam ein Zeichen setzen und unserer Stadt dienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017